Wenn ihr schon immer wissen wolltet, wen die Stasi mit dem Decknamen Bettina führte und wen man versucht etwas Unmessbares messbar zu machen, dann seid ihr genau richtig. Willkommen beim Podcast, der euch mitnimmt auf eine interessante Reise durch das Wissen der Menschheit. Hier im schönen Osnabrück sitzt der Jan, in Lotte begrüße ich wen mal wieder? Hier sitzt der Chris, hallo! Und wir legen auch heute gleich los und darum übergebe ich jetzt ganz schnell das Wort an Chris, denn nachdem wir jetzt zwei Folgen lang über die Band Kraftwerk gesprochen haben, ist er über die Links Trans Europa Express und Den Haag zu seinem ersten Thema von heute gekommen. Das ist richtig. Mein erstes Thema heute führt uns nach Japan, aber auch später um die ganze Welt. Es geht nämlich heute um eine Organisation, deren Existenz mir noch nicht mal bewusst war, bevor ich angefangen habe, mit zu diesem Thema etwas zu lesen. Oha! Es geht nämlich um die japanische Rote Armee. Wir kennen die Rote Armee Fraktion aus Deutschland, das mit Terror zu tun hat und eine ultralinke Organisation war. Aber dass es auch eine japanische Rote Armee gab und auch noch viel mehr drumherum, das kannte ich so noch nicht. Auf Japanisch heißt die Rote Armee Nihon Sekigun. Es ist eine linksradikale Terrororganisation und sie wurde im Jahr 1971 von einer jungen Studentin der Meiji-Universität gegründet. Ihr Name ist Fusaku Shigenobu, beziehungsweise nach ihrer Hochzeit Fusaku Okudaira. Shigenobu wurde am 28. September 1945 in Setagaya in der Präfektur Tokio in Japan geboren. Und im universitären Umfeld in den 60ern gab es auch in Japan genauso wie auch in Europa stark links ausgerichtetes Gedankengut an den Unis. Das war einfach eine Zeit, es gab viele Konflikte auf der Welt, es gab wirklich noch so den Kampf der Systeme und gerade viele Studenten waren damals meinungstechnisch sehr stark links angesiedelt, könnte man so sagen. Man kann die Nihon Sekigun als eine Art Zerfallsprodukt der Bewegung ansehen, genauso wie die Organisation Weather Underground in den USA oder eben in Deutschland, die vorhin schon angesprochene Rote Armee Fraktion. In Japan waren wichtige politische Ziele der Studentenbewegung Reformen der Universitäten, aber auch ein aktiver Kampf gegen den amerikanischen Krieg in Vietnam. Da merkt man schon, ja, der amerikanische Krieg in Vietnam, denn wir kennen ihn immer als Vietnamkrieg, wir haben irgendwo dieses westliche Bild und es gibt natürlich auch die andere Seite, wo halt eben nicht das Land genannt wird, sondern der, der als Aggressor irgendwo empfunden wird. Dem deswegen der amerikanische Krieg. Der Bezug zu diesem Krieg war für die Japaner sehr real und sehr naheliegend, denn die USA hatte ihre Streitkräfte auch in Japan stehen und hat Japan als operative Basis in dem Konflikt benutzt. Dementsprechend gerade für Studenten ist das natürlich ein Ding, wo man sich schnell mal sehr gegen engagieren kann, dass da irgendwo wirklich ein Krieg vom eigenen Grund und Boden ausgeführt wird. Fusaku Okadaira begeisterte sich darüber hinaus auch für den Guerillakampf des Che Guevara und die chinesische Kulturrevolution. Sie fand bald Gleichgesinnte und schloss sich dann eine Organisation an, die 1969 gegründet worden war, das ist die Seki Gun Ha. Das ist die Rote Armee Fraktion, aber halt die japanische Rote Armee Fraktion, die so erstmal nichts mit der deutschen Roten Armee Fraktion zu tun hat. Die Seki Gun Ha war wiederum eine Splittergruppe der Kyo-Sashu-Geisha-Domei, beziehungsweise der Kansai-Fraktion der kommunistischen Liga. Einige Mitglieder dieser Gruppe waren unzufrieden, da sie von der Organisation verlangt hatten und von ihr erwartet hatten, einen starken Massenprotest gegen die Stationierung amerikanischer Truppen auf der Insel Okinawa zu bewirken. Und das ging halt den Leuten nicht weit genug, der Protest und dementsprechend haben sie dann diese neue Organisation gegründet. Es gab dann einen Gründungsaufruf, der von diesen Initiatoren verfasst wurde und da haben sie beklagt, und das ist jetzt Zitat, dass das unterdrückte Volk in Japan bis heute kein einziges Mal zu den Waffen gegriffen habe. Dem Volk sei vielmehr eine Sklavennatur eingepflanzt worden und deshalb gelte der Akt, zu den Waffen zu greifen, gleichsam als Traumgespinst, als etwas ewig Fernes und als unerhört. Und das war für sie ein Missstand, den sie beheben wollten. Sie haben also wirklich das Gefühl gehabt, wir werden von außen klein gehalten. Die ersten Aktionen der japanischen RAF waren dann Angriffe auf kleine Polizeiposten in den Präfekturen Tokio und Osaka. Als dann im November 1969 gleich 53 Mitglieder der RAF festgenommen wurden, haben die Sicherheitskräfte die japanischen bereits große Mengen an Waffen sicherstellen können. Also das war sehr schnell schon sehr militant geworden und auch hatte eine sehr hohe Gewaltbereitschaft. Da es aufgrund der dichten Besiedlung in Japan wiederum hochriskant war, dort in irgendeiner Form ein Trainingscamp zu errichten, gerade wenn man eben paramilitärisches Training machen möchte, hat diese Gruppe versucht, andere Wege zu finden und das zu realisieren. Und am 31. März 1970 dann kaperten neun Mitglieder der RAF ein Flugzeug der Japanese Airlines. Dieser Flug, das war der Flug 351, startete auf dem Tokioota Flughafen Haneda und die Entführer brachten die Maschine zum einen mittels Schusswaffen, aber auch klassisch mit Samurai-Schwertern in ihre Gewalt. Und mit zwei Zwischenlandungen in Fukuoka und in Südkorea haben sie nach und nach die Geiseln und auch die komplette Crew mit Ausnahme des Piloten freigelassen und dem eine Geisel an Bord gehalten. Und zwar war das der Staatssekretär Shinjiro Yamamura, der ebenfalls sich in dem Flugzeug befand und mit ihm und den Piloten ging die Reise dann ins kommunistische Nordkorea, weil sie dort das Gefühl hatten, da werden wir verstanden, da können wir auftanken. Denn eigentlich ging es nicht darum, das Flugzeug nach Nordkorea zu entführen, sondern letztendlich bis nach Kuba zu kommen, um dort eine Operationsbasis zu errichten. Und sie hatten eben die Idee, dass die Nordkoreaner mit ihnen sympathisieren würden und ihnen helfen würden. Da hatten sie allerdings die Rechnung ohne die nordkoreanischen Kommunisten gemacht, denn die wiederum hatten ganz andere Ansichten und haben die Flugzeugentführer dann in ein Umerziehungslager gesteckt. Und einer der Rotarmisten konnte fliehen, zwei haben sich nach Japan ausliefern lassen, sind dort mittlerweile verstorben, zwei sind in Nordkorea verstorben und vier weitere haben das Land bis heute nicht verlassen können. So, auf den japanischen Inseln dann war die Gruppe weiterhin tätig und 1970 haben sie mit verschiedenen Bombardierungen und Raubüberfällen auf sich aufmerksam gemacht. Ebenfalls 1970 hat sich dann diese Gruppe wiederum mit anderen Gruppen zusammengeschlossen und zwar dann zur Rengo Sikigun. Das ist die Vereinigte Rote Armee oder die Vereinigten Roten Armeen, je nachdem man das übersetzt. Einigkeit gab es aber trotzdem sehr, sehr wenig. Und das wird klar, wenn man sich das Ende dieser Organisation anguckt. Das ist nämlich im Februar 1972 gekommen, als die Polizei acht Rotarmisten festgenommen hat. Und die verbliebenen Mitglieder der Organisation haben sich daraufhin mit einer Geisel in einer Berghütte verschanzt. Und diese Berghütte war in der Gemeinde Karius Sava. Und die Polizei hat hinterher diese Hütte komplett umstellt. Und nachdem die Terroristen angefangen haben, aus der Hütte wild rauszuschießen und auch zwei Polizisten tödlich zu treffen, haben die Polizisten gestürmt. Und haben auch entsprechend einige Leute dann aus dieser Roten Armee oder der Vereinigten Roten Armee in dem Falle gefangen nehmen können oder vernehmen können. Und haben dabei erfahren, dass im vergangenen Winter die Organisation selber 14 ihrer eigenen Genossen wegen ideologischen Abweichungen zu Tode gefoltert hat und in den Bergen verscharrt hatte. Soviel also zu Vereinigte Rote Armeen. Aber jetzt sind wir ja eigentlich schon bei 1972 und ich hatte ja ganz zu Anfang erwähnt, dass die Gruppe, um die es heute eigentlich gehen soll, 1971 gegründet wurde. Das ist die Frage, wie passt das alles zusammen? Und ich hatte anfangs ja auch schon von Fusaku Shigenobu gesprochen und diese war ein Mitglied der japanischen RAF. Aber bevor letztendlich dieser ganze Wechsel dann hin zu den Vereinigten Roten Armeen und so weiter ging, ist sie bereits 1971 nach Europa gereist, also bevor das Ganze dann den Bach runtergegangen ist und hat dort wiederum Kontakt zur PFLP aufgebaut. PFLP, sagt dir was? Nee. Das ist die Popular Front of the Liberation of Palestine oder zu deutsch die Volksfront zur Befreiung Palästinas. Und diese Organisation ist eine Palästinenser-Organisation, wie der Name schon sagt, ist 1967 gegründet worden und seitdem politisch, terroristisch und militärisch aktiv. Und heute ist es so, dass sowohl die Europäische Union als auch die Vereinigten Staaten die PFLP auf der Liste von Terrororganisationen haben. Da ist also die westliche Meinung ziemlich eindeutig. Die Gründung der japanischen Roten Armee fand dann durch die junge Studentin wahrscheinlich im Libanon statt. Das ist ein bisschen nebulös, wann sie sich wo befunden hat, aber wahrscheinlich war es der Libanon. Und schon 1970 waren die ersten japanischen Aktivisten dort im Libanon eingereist. Und einer davon hat einen Film gedreht und dieser Film trägt den Titel Die Weltkriegserklärung durch die Rote Armee und die PFLP. Also ich war ganz klar, es ging darum, einfach radikale Partner zu finden und mit radikalen Aktionen radikale Ergebnisse zu erzielen letztendlich. Shiginubu reiste zusammen mit ihrem Ehemann und auch Genossen Takashi Okudaera nach Beirut. Und dort wurde sie unter anderem durch die PFLP-Kämpferin Leila Chalett empfangen. Oder Chalett wahrscheinlich, Leila Chalett empfangen, die auch schon bereits zur Ikone der Weltrevolution geworden war. Weil es gibt dort eine sehr bekannte Aufnahme oder damals bekannte Aufnahme, wo sie als Hijackerin mit Palästinensertuch und Kalaschnikow zu sehen ist. Und die größte terroristische Unternehmung der japanischen Roten Armee findet dann auch schon 1972 statt. Zuvor werden die japanischen Terroristen in einem PFLP-Lager sieben Wochen lang hart militärisch gedrillt. Das heißt, das, was sie vorher in Japan nicht machen konnten, konnten sie dort machen, nämlich richtig militärisches Training erhalten. Und einer dieser Terroristen ist ein Bruder von einem der Männer, die den Japan Airlines Flug, der dann noch in Nordkorea endete, entführt hatte. Das war der Koso Okamoto. Dieser reiste über Vancouver, über New York und über Paris nach Beirut. Und dort angekommen, erfährt er von Okudaira, dass sie beide zu einem Kommando eingeteilt sind, das einen Anschlag in Tel Aviv ausführen soll. Interessant da ist, da hören wir auch schon, sie sind eingeteilt zu einem Kommando. Denn dieses Kommando ist nicht von ihnen selber ausgewählt und ausgesucht worden, sondern es ist von einem PFLP-Führer entwickelt worden. Und zwar von Wadi Haddad. Wem Wadi Haddad kein Begriff ist, der wird ihn wiederfinden, wenn er sich ein bisschen was über den deutschen Herbst und über die deutsche RAF anliest. Denn Wadi Haddad ist derjenige, der für die deutsche RAF im Herbst 1977 die Entführung der Landshut organisieren wird. Ja, also das ist einer der für sehr vielen Terroranschlägen einfach der Drahtzieher war, beziehungsweise der Planer war. Letztendlich machen sich nun im Mai drei japanische Terroristen auf die Reise. Das ist der 26-jährige Takeshi Okudaera, also der Ehemann von der Gründerin, der 24-jährige Koso Okamoto und der 23-jährige Yasuiki Yashuda. Shigenobu selber verbleibt im Libanon, weil sie zu diesem Zeitpunkt schwanger ist. Die drei Terroristen fliegen jetzt erstmal nach Paris, dann fliegen sie weiter nach Frankfurt. Dann geht es mit dem Zug weiter nach Rom. In Rom dann bekommen sie die Waffen für den Anschlag. Das ist bis heute ungeklärt, wie die Waffen nach Rom gekommen sind, wer sie mit den Waffen versorgt hat. Aber in Rom bekamen sie die Waffen und hatten dann das folgende Arsenal an Waffen bekommen. Und zwar fünf AK-47-Gewehre aus tschechischer Fertigung mit insgesamt 360 Schuss Munition. Dazu kommen sechs Handgranaten aus chinesischer Bauart. Kalaschnikow, also die AK-47, das steht ja AK, wer es nicht weiß, steht für Automat Kalaschnikow. Die AK-47 ist bis heute, glaube ich, immer noch das meistgefertigte Schnellfeuergewehr der Welt, weil es einfach unendlich einfach zu bauen ist. Das ist eine Konstruktion, die wahrscheinlich so das Ideal in der Fertigung von Schnellfeuergewehren darstellt, weil du es mit primitivsten Mitteln herstellen kannst, super gut warten kannst. Und dementsprechend gibt es auch einfach Kalaschnikows aus ungefähr jedem Land der Welt. Und sie hatten halt tschechische. Am Abend des 30. Mai 1972 geht es dann los zum letzten Teil der Reise und zwar an Bord einer Air France-Maschine. Und diese Air France-Maschine hat eigentlich die geplante Reiseroute nach Tokio, aber mit einem Zwischenstopp in Israel. Damals war es durchaus auch noch üblich, dass du halt nicht in die Transferzone einfach gekommen bist, sondern dass ein Flugzeug komplett entladen wurde und ein richtiger Stopp halt gemacht wurde. So, als die drei Japaner dann in Tel Aviv auf dem Flughafen Lott die Maschine verlassen, fallen sie gar nicht großartig weiter auf, weil du hast da drei smart aussehende junge japanische Männer. Die tragen alle weiße Hemden, sie haben Krawatten an und sie sind irgendwo zwischen Touristen und Geschäftsreisenden. Sie sind alle mit gefälschten Ausweispapieren unterwegs natürlich und stehen nun in der Kofferannahme, warten auf, dass die Koffer kommen und machen jetzt erstmal alle noch eine Aktion und zwar kratzen sie die Bilder aus ihren falschen Papieren. Denn als Japaner ist es ihnen wichtig, keine Schande über ihre Familie zu bringen. Und sie wollen dementsprechend nicht erkannt werden und sie haben sich auch schon vorher einiges, eines klar gemacht, nämlich es gibt keine Rückkehr von dieser Mission und deswegen hatten sie sich vorgenommen, vor ihrem Tod ihre Gesichter unkenntlich zu machen. Ja, denn sie standen mit sich selbst, sie selber waren davon überzeugt von der Sache, aber gleichzeitig wollten sie keine Schande über ihre Familien bringen. Jetzt beginnt das, was die Geschichte später, das Massaker von Lott oder auch einfach den Anschlag von Lott, das war der Name des Flughafens, nennen würde. Und das beginnt einige Sekunden, nachdem die Männer ihre Koffer in Empfang genommen haben. Und zu diesem Zeitpunkt befinden sich in der Ankunftshalle des Flughafens etwa 300 Menschen. Die Attentäter bauen sich nun Rücken an Rücken auf und beginnen mit ihren automatischen Gewehren rundum wahllos in die Menge zu schießen. Die israelische Polizei ist allerdings ebenfalls vor Ort, Flughafensicherheit, und eröffnet ihrerseits sofort das Feuer auf die Japaner. Und es kommt zu einem regelrechten Entfernen, zu einem Kugelhagel und das Ganze geht recht schnell, recht blutig zu Ende. Yashuda wird von einem Schuss direkt getötet, Okodaira tötet sich selbst mit einer Handgranate, aber Okamoto entkommt, er rennt auf das Rollfeld und will mit einer Handgranate ein Flugzeug in die Luft jagen. Das gelingt ihm allerdings nicht, denn er wird überwältigt und lebend festgenommen. Als sich dann die Ruhe über dem Flughafen wieder senkt, ist die Empfangshalle ein Blutbad, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Blut steht komplett in der Empfangshalle. Es sind 26 Menschen sofort getötet worden. Acht davon Israelis, eine Kanadierin und 17 christliche Pilger aus Puerto Rico. Und weitere 80 sind zum Teil schwer verletzt. Die PFLP übernimmt die Verantwortung für das Massaker und nennt sie Operation Deir Yassin. Den Hintergrund dazu, warum das so heißt, lasse ich jetzt einfach mal weg. Kutsu Okamoto, das ist der Überlebende, der Attentäter, ist tief beschämt. Er ist der Einzige, der überlebt und hat das Gefühl, dass er seine Kameraden im Stich gelassen hat, dass er nicht geschafft hat, was sie schaffen wollten und hat eigentlich nur Gedanken daran, wie er es schafft, seinem eigenen Leben auch möglichst schnell ein Ende setzen zu können. Und deshalb trifft er auch ziemlich bald nach seiner Verhaftung mit einem israelischen General eine Vereinbarung. Diese Vereinbarung wird tatsächlich schriftlich festgehalten. Und es wurden darin die Angaben festgehalten, dass er selber umfassend aussagt und wichtige Hinweise gibt, wenn der General im Gegenzug seine Waffe dalassen würde, damit er sich damit töten kann. So, Okamoto liefert dem General etliche Unwahrheiten und falsche Tarnahmen. Der General spielt dasselbe Spiel. Er lässt seine Waffe am Ende des Gesprächs in der Zelle zurück. Aber sie ist nicht geladen. Ohne Patrone. Ganz genau. Die Reaktion auf den Anschlag ist natürlich divers. Während beispielsweise der israelische Verkehrsminister Shimon Peres den Anschlag von Lot als das schlimmste Blutbad in der Geschichte des weltweiten Terrors gegen die zivile Luftfahrt bezeichnet, feiern viele Palästinenser und Araber die drei Japaner sofort als Helden. In Japan ist nicht nur die Öffentlichkeit über die Tat entsetzt. Okamotos Vater schrieb eine Bitte an die israelische Regierungschefin Goldermeer. Exekutieren sie meinen Sohn so schnell wie möglich. Der libysche Staatschef Muammar Gaddafi warf den Palästinensern vor, man sieht sie alle Bücher schreiben und Zeitschriften mit ihren Theorien füllen. Aber sie sind nicht imstande auch nur eine tollkühne Aktion wie diese Japaner auszuführen. Heute gilt der Anschlag als der erste Selbstmordanschlag des modernen Terrorismus. Und wenn man an einen Selbstmordanschlag denkt, dann hat man auch sofort die Frage, wie kommt man dazu, das zu machen? Wie trifft man eine solche Entscheidung? Wie wird man Selbstmordattentäter? Und auch Okamoto ist befragt worden, was seine Motive waren, wie er sich dazu durchringen konnte, den Beschluss zu fassen, sein Leben dafür einzusetzen. Und er sagte daraufhin, dass er sich als Soldat der Weltrevolution verstand und dass es dementsprechend gar keine Frage sei, einen Mordbefehl ohne Widerspruch Folge zu leisten und dass dies auch schon in seiner Kultur begründet ist. Denn im japanischen Denken gilt das Kollektiv stets höher als das Individuum. Dementsprechend ist auch ein Suizid gerechtfertigt, wenn man der Gemeinschaft mehr nützt, als einfach nur am Leben zu bleiben. Und dementsprechend war seine Loyalität der Sache gegenüber eindeutig mehr wert als sein Leben aus seiner Sicht. Ein israelisches Militärgericht klagt Okamoto im Sommer 1972 auf Grundlage einer von den Briten 1945 erlassenen Verordnung wegen terroristischer Aktivitäten an, für die auch die Todesstrafe ausgesprochen werden konnte. Das Gericht begnügt sich allerdings mit einer lebenslangen Haftstrafe. 1985 kam Okamoto durch einen Gefangenenaustausch zwischen Israel und der PFL PGC frei und reiste zunächst nach Libyen aus. Von dort siedelte er später in den Libanon über, wo er sich in der BKA-Ebene niederließ. 1997 wurde er verhaftet und mit der Abschiebung nach Japan bedroht, dessen Regierung ihn zur internationalen Fahndung ausgeschrieben hatte. Von der libanesischen Justiz wurde er wegen der Fälschung der Reisedokumente, unter deren Nutzung er in den Libanon eingereist war, zu einer dreijährigen Freiheitsstrafe verurteilt. 2000 dann gewährte ihm die libanesische Regierung politisches Asyl. Zuvor war er zum Islam übergetreten und hatte den Vornamen Ahmad angenommen. 2016 entbot die palästinensische Regierungspartei Fatah dem Helden der Operation am Flughafen Lod und Genossen Okamoto tausend Grüße. Fatah-Pressesprecher Junior Jakob erklärte, dass man stolz auf alle Menschen sei, die sich für die Sache Palästinas eingesetzt hätten. Aber was wurde eigentlich aus der japanischen Roten Armee? Das ist irgendwie das, wo wir am wenigsten drüber gesprochen haben, obwohl es das Thema ist. 1974 gab es eine ganze Anschlagsserie, unter anderem auf einer Anlage des Shell-Konzerns in Singapur, auf die japanische Botschaft in Kuwait, auf die französische Botschaft in Den Haag und einen Handgranatenangriff auf eine Drogerie in Paris. Ab Anfang der 80er Jahre baute die japanische Rote Armee durch strategische Operationen immer mehr zweckgebundenes Vermögen auf und im Jahre 1986 beschloss die immer noch JRA-Führerin Shigenobu, den Einnahmezufluss durch Abschluss eines lukrativen Geschäfts mit dem libyschen Revolutionsführer Muammar al-Gaddafi noch weiter zu diversifizieren. Denn für diesen Dienstherrn fungierte die japanische Rote Armee unter dem Decknamen AIIB quasi als Terror-Söldner. AIIB steht für Anti-Imperialistische Internationale Brigaden. Von 1986 bis 1988 wurden zahlreiche Anschläge verübt und die richteten sich hauptsächlich gegen die USA. Die japanische Rote Armee hat sich nie öffentlich aufgelöst, sondern ist ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nicht mehr in Erscheinung getreten. Fusaku Shigenobu wurde im November 2000 in Takatsuki festgenommen und 2006 zu 20 Jahren Haft verurteilt. Ein spannender Fakt, der erst später bekannt wurde, ist, dass Shigenobu 1987 mit der Registernummer römisch 15 1339-87 unter dem Decknamen Bettina als Agentin der DDR-Staatssicherheit geführt wurde. Und da schließt sich dann auch wieder der Kreis zu unserer Roten Armee-Fraktion, die ja auch mit der Stasi oder von der Stasi häufiger unterstützt worden sind. So, das zu meinem kleinen Ausflug in die Geschichte und das Tun einer wirklich schrecklichen Terrororganisation. Ja, sehr, sehr krass. Also und vor allem von der japanischen Roten Armee hatte ich bis jetzt gerade auch wirklich noch nie was gehört. Ja, ich habe auch, als ich angefangen habe, da zu forschen, gedacht, oh, das wird ein Fünfminüter, weil der Wikipedia-Eintrag darüber, ich glaube, neun Zeilen hat. Das ist einfach das Kürzeste so ziemlich, was ich bis jetzt gesehen habe. Und ich musste auch wirklich derbe außerhalb der Wikipedia nach Informationen suchen, habe mir verschiedene Berichte angeguckt, weil selbst bei YouTube, ich habe zwar einige Filme gefunden, die sind aber alle in Japanisch oder in arabischen Sprachen mit japanischen Untertiteln und so weiter. Du findest sau wenig, du musst echt gucken, bis du journalistisch aufgearbeitete Informationen da finden kannst. Oder Japanisch lernen. Oder Japanisch lernen, das ist richtig. Ja, ich gebe dann jetzt gleich an den Jan ab zu seinem ersten Thema, aber nicht ohne euch mitzuteilen, wie er weitergegangen ist. Denn er hat sich die nächsten zwei Stationen rausgesucht, Illich Ramirez Sanchez und Venezuela. Wo er dahin gekommen ist, das wird er euch jetzt selber erzählen. Ja, das mache ich. Wenn ihr euch noch an den Anfang der Folge erinnert, da hat Chris als zweites die Frage gestellt, wie man versuchen kann, etwas Unmessbares messbar zu machen. Und jetzt stellt man sich als nächstes gleich die Frage, okay, letzter Link Venezuela, was Unmessbares messbar machen, hä, was, wie, wo? CERN. Wie CERN? Fällt mir bei Unmessbares messbar machen ein. Vielleicht bist du bis zum CERN gekommen. Nee. Nein, 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 das ist außerdem ein Thema, da denke ich schon, das überlasse ich auf jeden Fall dir. Weil ich sehe dich vor meinem inneren Auge weinen, wenn ich dir mal erzähle, ich möchte gerne was zum Thema LHC im CERN und CERN berichten. Nee, ich sage mal, man kann ja alles relativ leicht messbar machen, was eine physikalische Größe ist. Oder das meiste davon zumindest, bevor du mich jetzt korrigierst. Ich kann messen, wie groß etwas ist, wie lang etwas ist, wie schwer, wie dick, wie dünn, wie dicht. Ich kann physikalische Dinge messen, aber wie messe ich sowas wie Demokratie? Das ist eine spannende Frage. Keine Ahnung. Ja, das ist ja eigentlich schon etwas, was tendenziell unmessbar ist. Da kann ich also nicht einfach ein Thermometer reinhalten, selbst wenn Anders Celsius es vielleicht mal versucht hat. Klammer auf, hört noch mal unsere Folge zu Anders Celsius, Klammer zu, also wir gehen erst mal ganz grob auf das Thema Demokratiemessung ein. Und zwar, was ist Demokratiemessung? Der Begriff Demokratiemessung bezeichnet in der Politikwissenschaft und in der Demografie den Versuch, die Länder der Erde in verschiedene Grade, also nach Demokratie gestaffelte Kategorien einzuteilen. Die Demokratiemessung versucht dabei, zu einer Beurteilung der Demokratiequalität eines Landes zu gelangen. Demokratiequalität zielt auf die demokratische Funktionsweise von den demokratischen Institutionen und Merkmalen ab, also zum Beispiel von den Wahlen. So, was gibt es denn für Versuche, ganz im Allgemeinen Demokratie zu messen oder zu vergleichen? Fangen wir mal mit der einfachsten Messung an, die man sich vorstellen kann, nämlich ich unterscheide einfach in ein Land, ist entweder eine Demokratie oder eine Diktatur, es gibt nichts dazwischen. Okay, das ist eine sogenannte Dichotome-Messung und da gibt es zum Beispiel die sogenannte ACLP-Methode. ACLP ist benannt nach den Anfangsbuchstaben der Nachnamen der beteiligten Wissenschaftler. Und zwar sind das Michael Alvarez, José Antonio Cheybub, Fernando Limongi und Adam Przeworski. Und zwar, diese ACLP-Messung definiert Demokratien als die Länder, in denen die Regierenden durch freie Wahlen bestimmt werden. Weiterhin stellt die ACLP-Messung dafür vier konkrete Bedingungen. Erstens, einen frei gewählten Regierungschef. Zweitens, ein frei gewähltes Parlament. Drittens, mindestens zwei Parteien tränen zu Wahlen an. Viertens, es hat mindestens ein Regierungswechsel unter identischem Wahlrecht stattgefunden. So, jetzt kann ich natürlich die Länder danach einteilen, aber da sieht man dann schon, wenn man sich mal so die Liste der Länder anschaut, sieht man schon die ersten Probleme, weil gemäß dieser Messung ist Japan bis 1993 eine Diktatur gewesen. Ja. Weil nämlich die LDP in Japan von 1955 bis 1993 ununterbrochen regiert hat. Es ist trotzdem frei gewählt worden, zumindest aus Sicht der Demokratiemessung. Aber die vierte Bedingung ist einfach nicht erfüllt worden. Es gibt mehrere laufende Messungen, die also immer wieder stattfinden. Und es wird auch natürlich bei den meisten modernen Messungen nicht einfach in schwarz und weiß unterschieden, sondern man misst entweder den Grad der Demokratie oder der Demokratisierung oder auch die Qualität einer Demokratie. Da gibt es zum Beispiel den Polity Index. Das ist ein Beispiel für eine kontinuierliche Messung. Das kommt von Ted Robert Gurr. Und das ging los mit dem Polity-Projekt. Dabei werden zwei voneinander getrennte Messungen für einmal die variable Demokratie und die variable Autokratie im gleichen Land durchgeführt. Okay. Ja, für jedes Land werden dann auf einer Skala von 0 bis 10, sowohl für Demokratie als auch Autokratie, Punkte vergeben. Und der Polity Index Wert berechnet sich dann später aus dem Demokratiewert minus dem Autokratiewert. Das heißt, du kannst eine Skala bekommen, die geht von minus 10, das ist maximal autokratisch, das ist eine hereditäre Monarchie. Oder du kannst bis plus 10 kommen, das ist halt maximal demokratisch und dementsprechend eine vollständig konsolidierte Demokratie. Innerhalb dieses Projektes werden fünf Dimensionen erfasst, anhand derer der Grad von Demokratie beziehungsweise Autokratie festgestellt werden soll. Wie kompetitiv ist der Wettbewerb um die Regierungsmacht? Wie offen ist der Wettbewerb um die Regierungsmacht? Inwieweit ist die Macht der Regierung eingeschränkt? Wie kompetitiv ist die politische Partizipation? Und inwieweit ist die politische Beteiligung reguliert? Von 2011 gibt es vom Polity Index einen Jahresbericht und da liegen für 164 Länder liegender Indexwerte vor, die sich teilweise auch über lange Zeiträume seit 1800 erstrecken. Und 95 Staaten werden dort als Demokratie, das heißt, die haben einen Wert von plus 6 bis plus 10 erreicht und werden dann dementsprechend als Demokratie klassifiziert. Es gibt weitere Beispiele für Demokratiemessungen, zum Beispiel der Index der Demokratisierung nach Tattoo-Warnhahnen. Es gibt das Demokratie-Barometer der Uni Zürich oder den sogenannten Demokratie-Index und den gucken wir uns jetzt noch einmal etwas genauer an. Der Demokratie-Index, das ist nämlich eigentlich das heutige Thema, was ich hier mitgebracht habe, oder auch zu englisch Democracy-Index, wird von der Zeitschrift The Economist berechnet. Und er misst den Grad der Demokratie in 167 Ländern. Die erste Veröffentlichung war im Jahr 2006 und seitdem erscheint das Ganze meist jährlich. Innerhalb dieses Indexes wird zwischen zwei Demokratietypen und zwei Regimetypen unterschieden. Es gibt dort nämlich vollständige Demokratien, unvollständige Demokratien, Hybrid-Regime, also das sind Mischformen aus Autokratie und Demokratie, und klar autoritäre Regime. Der letzte Bericht, zu dem ich überhaupt was finden konnte, ist aus 2019. Ich denke mal 2020, ist auch einfach noch nicht veröffentlicht. Weißt du, welches Land da das demokratischste Land der Welt ist? Nein, ich weiß es nicht und ich versuche gerade darüber nachzudenken. Es fallen eine Menge ein, die es bestimmt nicht sind. Ich tippe jetzt erstmal auf irgendwas Skandinavisches. Das ist richtig, das ist richtig. Auf Platz 1 mit 9,87 von 10 möglichen Punkten und somit das demokratischste Land der Welt ist Norwegen. Super, ich finde es super. Wir hatten Norwegen schon mal an der Spitze einer solchen Statistik, also nicht einer solchen, aber auch als wir über die Wasserkraft gesprochen haben. Norwegen ist einfach Science Fiction. Kannst du dir denn auch vorstellen, was das autoritärste Land der Welt ist? Es gibt ein Land, das hat 1,08 Punkte erreicht. Ich würde sagen, das ist der gute Freund von Donald Trump in Nordkorea. Ganz genau richtig. Das ist das Land, was auf dem letzten Platz liegt. 76 Staaten werden als Demokratien gelistet und 22 von 167 Ländern als Vollständige, 54 dementsprechend als Unvollständige. 37 Länder gelten laut Demokratieindex als Hybridregime und 54 als autoritäres Regime. Was ich jetzt relativ spannend finde ist, wir haben ja jetzt gehört, 22 Länder gelten als vollständige Demokratien. Kannst du dir vorstellen, wie viel Prozent der Weltbevölkerung in diesen 22 Ländern leben? Da ich die beiden bevölkerungsreichsten Länder nicht in den 22 sehen würde. Nein. Ah, ist Indien drin, ja? Oder war es ein bestätigendes Nein? Das war ein bestätigendes Nein. Okay, dann würde ich sagen, Boah, dann kannst du ja wahrscheinlich noch komplett Afrika rausnehmen. Indien liegt übrigens auf Platz 51 und ist eine unvollständige Demokratie. Ja. Wie viel Prozent wolltest du wissen? Wie viel Prozent der Weltbevölkerung leben in einer vollständigen Demokratie? Zwölfeinhalb. Weniger als die Hälfte von dem, was du gerade gesagt hast. Gerade mal 5,7 Prozent der Weltbevölkerung leben in einem Land, das gemäß Demokratieindex eine vollständige Demokratie darstellt. Bei den unvollständigen Demokratien, da kommt dann allerdings der größte Anteil von allen Regimetypen, die dort definiert sind, nämlich mit 42,7 Prozent der Weltbevölkerung. Und da hat natürlich auch gerade so ein Land wie Indien als unvollständige Demokratien natürlich einen nicht unwesentlichen Anteil dran. Ja. Denn ja, das ist schon groß. Und es gibt auch sehr, sehr viele Inder. Volksrepublik China, die gehören halt eben nicht zu den Demokratien. Nun gut. Also, die deutschsprachigen Staaten, Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg, das sind alles gemäß Demokratieindex vollständige Demokratien, auch wenn es ja gerade einige Leute gibt, die das sehr, sehr schwer in Frage stellen, zumindest hier, die hierzulande. Belgien als direkter Nachbar gilt schon als unvollständige Demokratie. Also, da fehlt, es fehlt nicht viel, um eine unvollständige Demokratie zu sein, weil da gibt es, wir kommen jetzt gleich auch noch mal einmal zu den Methoden, weil es wirklich sein kann, wenn du einfach in einer der Säulen nicht gut aussiehst, dann hast du schon keine vollständige Demokratie mehr. Und zwar, wie ermittelt man diesen Demokratieindex? Der basiert auf 60 Fragen, die mit drei oder auch manchmal nur zwei Antwortmöglichkeiten versehen sind. Bei zwei Antwortmöglichkeiten gibt es, sind es ja, nein Fragen, da gibt es dann entweder null oder einen Punkt. Und bei, wenn es auch einen teilweise gibt, dann gibt es für das teilweise einen halben Punkt. Die meisten Antworten, die die Zeitschrift The Economist nutzt, sind Expertenurteile, wobei sie dabei nicht darlegen, wie viele und welche Experten herangezogen wurden. Einige Antworten basieren auch auf öffentlichen Umfragen in den einzelnen Ländern, sodass also da wirklich die Öffentlichkeit gefragt wird. Und wenn es Umfragedaten gibt, die fehlen, die man aber eigentlich bräuchte, dann werden diese Ergebnisse aus vergleichbaren Ländern und den Expertenurteilen befüllt, so nenne ich es mal. Okay. Also, welche Faktoren gibt es? Es gibt erstmal den Faktor Wahlprozess und Pluralismus. Ich nenne mal jetzt für jeden Bereich eine der Beispielfragen. Es gibt fünf Bereiche und es werden halt überall diverse Fragen gestellt. Und zwar für Wahlprozess und Pluralismus sind die Wahlen frei und sind sie gerecht. Entweder, es gibt einen Punkt, wenn sie frei und gerecht sind. Es gibt einen halben Punkt, wenn sie frei, aber nicht gerecht sind. Und es gibt keinen Punkt, wenn sie weder frei noch gerecht sind. Okay. Und so wird versucht, anhand von diversen Fragen, für die man Punkte erreichen kann, anhand von zehn Fragen, geschaut, wie viele Punkte erreichst du in diesen zehn Fragen. Du kannst halt in jeder Kategorie von null bis zehn Punkte erreichen. Mhm. Dann gibt es als zweiten Block die Funktionsweise der Regierung. Beispiel dazu, bestimmen frei gewählte Abgeordnete über die Politik der Regierung? Ja, gibt einen Punkt, also das ist ja typischerweise in einer parlamentarischen Demokratie so. Ja, er gibt einen Punkt. Einen halben Punkt gibt es für, naja, sie bestimmen nicht über die Politik der Regierung, aber sie üben einen bedeutsamen Einfluss aus. Ja. Und null Punkte gibt es natürlich für nein. Dann gibt es zum Beispiel auch den Block politische Teilhabe. Und da ist eine Beispielfrage der Anteil der Staatsbürger, die laut der Umfrage der World Health Survey Politik in den Medien, also in Radio, Fernsehen oder Zeitungen verfolgen. Wenn es über 50 Prozent sind, gibt es einen Punkt, 30 bis 50 Prozent 0,5 Punkte und unter 30 Prozent 0 Punkte. Das heißt, gerade beim Thema politische Teilhabe kann es einfach sein, dass es in einem Land nun mal gesagt wird, nein, du kriegst da keine volle Punktzahl und so kann sich auch der Punktabzug mit diesen halben Punkten so summieren, dass du keine vollständige Demokratie mehr bist. Ja. Weil eben diese vollständige Demokratie gemäß The Economist voraussetzt, dass es eine politische Teilhabe gibt. Ja, da muss ich auch sagen, das ist so ein Ding, gerade in der heutigen Zeit, wo wir aufgrund von Corona halt so viel merkwürdige Ansichten immer wieder ertragen müssen, finde ich, ist das auch ein ganz wichtiges Thema, das einfach sagt, ja, um in einer Demokratie zu leben, musst du in einer Demokratie teilnehmen. Wenn ich heutzutage immer die Vorderung höre, die da oben machen das und das und die müssen das und das und das machen, da sollte jeder sich noch mal darüber klar werden, dass die du bist. Denn da hier einfach das Volk regiert in diesem Land, bist du die Regierung. Also gibt es kein die. Das nur mal so nebenbei. Die sind halt gewählt von denen, die hingegangen sind zur Wahl. Richtig. Der vierte Block ist die politische Kultur. Das heißt zum Beispiel gibt es da eine Frage, gibt es einen ausreichenden gesellschaftlichen Konsens, der eine stabile und funktionierende Demokratie stützt? So, ja, selbstverständlich ist es vollkommen in Ordnung, wenn es sehr weit auseinandergehende Meinungen gibt, aber es muss einen Grundkonsens zu bestimmten zentralen Punkten geben. Ansonsten kann das nicht funktionieren. Ja. Und wenn dieser Grundkonsens nicht von dem größten Teil der Menschen getragen wird, dann funktioniert Demokratie auch nicht. Gibt es diesen gesellschaftlichen Konsens? Wenn es ja, dann gibt es einen Punkt. Ja, aber es gibt daran auch Zweifel und es gibt dabei Risiken. Dann gibt es noch einen halben Punkt und null Punkte natürlich für nein. Und dann der letzte Block, der eingesetzt wird, der ist leicht zu überschreiben, nämlich Bürgerrechte. Und da gibt es die einfachste Frage, die man sich da stellen kann, ist, wird vom Staat Folter angewandt? Ja, es gibt einen Punkt für nein und für ja gibt es dann definitiv keinen Punkt. Da gibt es auch keinen halben Punkt. Also da gibt es nur ja oder nein. Ja. Dann werden die Punkte in einem Land innerhalb des Bereiches addiert und dann wird der Mittelwert gebildet. Und aus dem Durchschnitt dieser fünf Bereiche bekommst du dann den Demokratieindex des Landes für dieses Jahr, für das die Messung gilt. Gucken wir da einfach mal rein. Das fand ich nämlich sehr interessant, gerade was so im Bereich der unvollständigen Demokratien stand, weil ich bin eigentlich fast davon, bin vorher davon ausgegangen, ja, das ist eine vollständige Demokratie, absolut. Und jetzt lese ich, nee, das ist keine vollständige Demokratie, wie zum Beispiel die Vereinigten Staaten. War für mich immer so eine Sache von, ja, das ist ein, auch wenn sie vielleicht aus unserer Sicht ein tendenziell seltsames Wahlrecht haben, ist es ein demokratischer Staat. Aber es ist nur eine unvollständige Demokratie. Und das, wo die USA Punkte lassen, ist die Funktionsweise der Regierung, die politische Teilhabe und die politische Kultur. Ja. Eben genau da, wo es um auch einen Konsens geht, der ja so wie auch hier im Moment es nicht zu einem Konsens gibt, in den USA noch wesentlich stärker ist als hier. Das haben wir jetzt gerade ja einfach enorm erlebt, dass es einem noch mal richtig nahe gebracht wurde, wie im Grunde dieses Volk ziemlich genau in der Mitte geteilt ist. Und das ist ja nun wirklich so weit, wie es weg sein kann von einer gemeinsamen Kultur oder einem gemeinsamen Denken und Wollen. Wir hatten ja eben einmal auch Belgien erwähnt. Belgien ist ein Land, das auch im Bereich politische Teilhabe die meisten federn lässt, will ich mal sagen. Belgien hat einen Gesamtdemokratieindex von 7,64 und im Bereich politische Teilhabe nur genau glatte 5,0 Punkte. Und das ist natürlich dann das Problem, was du hast, um zu sagen, es ist eine vollständige Demokratie. Ja. Das Ende der Liste, muss ich sagen, das ist allerdings an mancher Stelle nicht wirklich überraschend. Und es gibt aber auch Länder hier drin, die einfach sehr, sehr klein sind, die auf den wirklich letzten Plätzen stehen, wie zum Beispiel Guinea-Bissau. Da weiß ich nicht, wo das ist. Das ist an der, also ich wusste nicht, wo es ist. Das ist im Westen Afrikas. Jemen, Saudi-Arabien, Tatschikistan. Also Länder sehr, sehr viel, die eigentlich bekannt sind, auch nicht unbedingt als freie Länder. Und wie du es ja eben schon gesagt hast, Nordkorea ist halt eben das Schlusslicht. Wobei ich mir da eigentlich gedacht habe, na ja, also da ja im Bereich der, wie heißt es doch, der politischen Kultur sehr genau eingepflanzt wird, dass der gesellschaftliche Konsens über die Politik auf jeden Fall vorhanden ist, weil sonst der Schlagstock kommt. Und es wundert es mich, dass sie auch da nur 1,25 Punkte bekommen haben. Das wäre ja zumindest da mal möglich gewesen. Bei der Funktionsweise, beim Wahlprozess und Pluralismus, und ich glaube, ich klicke nochmal hier durch, es ist nicht ganz das einzige Land, aber da ist Nordkorea eines der Länder, die wirklich null Punkte erreichen. Weil wenn nicht gewählt wird, dann gibt es auch keinen Wahlprozess und Pluralismus, genau. Und das ist der Demokratieindex, ganz grob erklärt, so wie er von The Economist jährlich rausgebracht wird. Ja, Jan, dann danke ich dir sehr herzlich. Und dann kommen wir auch schon zum Ende unserer Show und zu dem, was eigentlich unweigerlich immer am Ende steht, nämlich die Bitte, dass wenn ihr uns gerne hört und uns eine kleine Freude machen wollt, doch einfach mal Kommentare hinterlasst, uns ein bisschen was schreibt und natürlich auch gerne Sterne bei Apple Podcast hinterlasst. Es geht ja auch Richtung Weihnachten und Sterne passen da ganz gut. Genau das habe ich auch gerade gedacht. Es ist doch bald Weihnachten. Also bleibt uns natürlich neben dieser Aufforderung nur noch der wie immer stehende letzte Satz. Bleibt schön neugierig, entdeckt immer Spannendes Neues und wir hören uns in einer Woche schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!